Herzlich Willkommen hier auf dem Gerüst direkt vor dem frisch sanierten Rhein-Mittelhaus in Hannover Buchholz. Frisch energetisch saniert, eingedeckt und mit Solar bestückt. Die Dachfläche ist mit einem Hohlfalzziegel eingedeckt. Die Wärmedämmung besteht aus einer Holzfaserdämmung mit einem hervorragenden Dämmwert von U-Gert gleich 0,14. Die Dämmung aus Holzfaser ist natürlich ein nachwachsender Rohstoff. Auf der Westseite hat ein Solarfachunternehmen eine Solar-Tamil-Anlage montiert. Die Photovoltaikanlage ist auf der Ost- und Westseite montiert und hat eine Komplettleistung von 5,67 Kilowatt Peak. Vitali, kannst du mir sagen, wie die weiteren solaren Aussichten sind? Die weitere Aussichten sind sonnig. Dankeschön. Und nur noch die Krönung. Die Fledermäuse haben ein neues Zuhause in dem Sommer- und Winterquartier hoch oben und der da drauf. So, die Dachfläche ist praktisch saniert und die energetische Sanierung ist so weit fortgeschritten und so effektiv, dass praktisch dieses Gebäude ein klimaneutrales Gebäude geworden ist.